Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by Seven Lord, die Zukunft des Fernsehens. Zu oft und zu ausgiebig, auch wenn Leute drumherum sind am iPhone-Rundfunk. Mein Vorbild als Medienmacher? Alle, die neugierig genug sind, Neues zu versuchen und dabei zu vergessen, wo sie herkommen. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Wem viel auffällt, dem fällt auch viel ein. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er starb zu früh. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.